Ich hasse den Gedanken in das, was sich die Leute da unten antun. Ich habe den Gedanken in das, was sich die Leute da unten antun. Bis zum nächsten Mal. Schauen Sie keine Masken? Hast du im Briefing nicht aufgepasst? Masken verzögern die Wirkung höchstens 10 Sekunden oder so. Außerdem ist es viel stärker als das andere Zeug. Wie kommt's? Laut Börsen, Mann. Das macht alles noch giftiger oder so. Tja, gut, dass wir hier oben sind, was? Zurzeit ist das der beste Ort in der Stadt. Das macht gar nichts. Sorry. Ich schnall dich weiter. Ich schnall dich zurück. Ich schnall dich auf. Zu einfach. Verteidig doch. Ich schnall dich. Ich schnall dich. So hätte es nicht enden sollen, Batman. Ich hatte gehofft, du würdest dich mehr wehren. Ich habe gehofft, du würdest dich mehr wehren. Ich habe gehofft, du würdest dich mehr wehren. Ich habe gegen euch keine Chance. Ich darfst und wir hätten etwas auf den Kassen. So kannst du nicht mehr wehren. Ich darfst und wir hätten etwas auf den Kassen. So wird das nichts. Stag hat die Sicherheitsstufe erhöht, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Er hat wohl mit mir gerechnet. Durch diese Tür komme ich nur mit seinem Stimmmuster. Ich habe so viel Geld nicht, weil Batman kann uns aufhalten. Ich habe so viel Geld nicht, weil Batman kann uns aufhalten. Ich habe so viel Geld nicht, weil Batman kann uns aufhalten. Stimmkalibrierung abgeschlossen. Simon Stag, öffnen. Stag ist irgendwie entkommen. Die Miliz wird ihn nicht verschonen, wenn sie ihn findet. Ich muss mich erst um sie kümmern, bevor ich ihn suche. Die Stimme des Arkham Knight ist synthetisiert. Ich kann seinen Männern Befehle erteilen. Stag kann nicht weit sein, aber er kennt sein Luftschiff wie seine Westentasche. Überprüf das Gitter da drüben. Hat Stag nicht dieses Ding erfunden, das sich am Panzer des Arkham Knight befindet? Den Cloudwurst. Der Stimmen-Synthesizer ist nutzlos, solange er beschäftigt ist. Überprüf das Gitter da drüben. Er ist beschäftigt. Er wird meinen Befehlen nicht folgen. Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert. Aber ich kann immer bloß eine hacken. Und bis dahin ist die vorige bereits wieder online. Nichts unter den Gitter. Sauber. Noch kein Batman? Vielleicht wurde er vom Gas aufgehalten. Ne, der Boss sagt, er wird kommen. Vielleicht ist er... Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Ich bin so martyr. Weiß ich so schnell. Ich bin so martyr. Ich kann mich so martyrs. Ich bin so martyrs. Wir versuchen, es sind so martyrs. Ich bin so 22 Jahre alt. Ich bin so martyrs. Und ich kann sich so martyrs. Da bewegt sich was unter dem Boden Er ist weg! Seht euch nach Verletzten hoch! Was stehst du da so rum? Die Wunste! Batman hält doch hier! Er ist unterbunden! Wir haben ihn! Er ist tot! Sieh mich an wenn du stirbst Batman! Sieh mich an! Die Stimme des Arkham Knight ist synthetisiert. Ich kann seinen Männern Befehle erteilen. Spuls und Hänker versteckt sich! Wir landen! Es ist zu spät, Batman. Ich habe bereits den Cloud Burst. Der kann dir jetzt nicht mehr helfen. Findet ihn, schmeißt diesen alten Sack aus seinem Zeppelin. Musst aufwachen. Was war das? Das war die Flügel am Haus. Auf die Beine, wir haben hier Probleme. Ich brauche hier Deckung. Zielpersonen verloren. Ich werde mich nach Verletzten umziehen. Musst aufwachen. Batman ist noch hier. Er ist weg. Seht euch nach Verletzten. Ich werde mich nach Verletzten umziehen. Ich habe noch Stacks Fingerabdrücke gespeichert. An dem Container kann ich die Spur aufnehmen und ihn so finden. Sergeant, das Biolabor-Team wurde ausgeschaltet. Wir setzen Serpent-Drohnen an allen Ausgängen ein. Batman wird nicht entkommen. Okay, Stack. Wo versteckst du dich? Er wird die Chance nicht bekommen. Ja, Sir. Die Serpents sind aktiviert und begeben sich in Position. Wir setzen dich an. Das ist ein Job. Ich werde loswerden. Das sind die VorbereUp 34. Das ist eine Anliebmung. Das ist ein Job. Das ist ein Job. Das ist ein Job. Das ist ein Job. Soll es sein. Wir nehmen uns auf die后en. Das ist ein Job. Wow. Das ist ein Job. Das ist ein Job. Stagg muss auf dem Boden herumgekrochen sein, um sich vor der Miliz zu verstecken. Raus mit dir! Bitte, tu mir nicht weh! Sag mir, wie ich den Cloudlust stoppen kann, sonst mach ich dich für alle Toten verantwortlich, die durch Scarecrows Hand gestorben sind. Es ist umgeben von einem Nimbus-Feld. Es verteilt das Toxin und steigert die Effekte. Jedes Fahrzeug ohne Nimbus-Zelle wird sofort zerstört. Dann stört's dich ja nicht, wenn ich mir eine borge. Nein, natürlich nicht! Mach du nur! Rein hier! Alfred, Stagg hat mir verraten, wie ich den Cloudlust-Panzer ausschalten kann. Verraten? Wie nett! Ich geh zurück zum Batmobil. Ich muss einen Weg finden, diese Nimbus-Zelle in den Hauptantrieb zu integrieren. Aber Sir, Cranes Toxin kann durch die Fasern ihres Anzugs dringen. Nicht, weil eine Gasmaske würde helfen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn Sie zu lange da drin bleiben. Dann muss ich mich beeilen. Identifierung bestätigt. Was für Anzugs,prechen? De affiliate-berichte ist auch Microsoft Game coverage. Verraten wir auch! Die Abhinne aus prepared. W vector die career fahne. Du Cold hast jetzt nicht alles! Ich entschfalte euch, wenn ich wieder alles fest verlete TIME seines Gasmaske害. TE darum schrверж Ensuite Sechser hat einen Decorger in Ordene d passwords zu sandy использliness. Weitere Dinge sind X5-Gege 이상. Die Anzeige ver handling werden zerstört. Da bist du ja! Komm schon raus und zieh dir das an! Wunderschön, oder? Da! Wie hast du Poison einen überzeugen können, dir dabei zu helfen, die Stadt zu retten, die sie hat? Drohung, Erpressung, Scham. Sie stirbt. Bei Menschen wirkt es auf den Verstand, aber dir entzieht es das Leben. Dr. Eisley kann mich nicht abhalten, aber wieso will man sie zu Gothams erster Faktor kommen? Sie herrschen Chaos. Ich habe einen Kerl gesehen, der sich die Augen ausgerutzt. Seht euch das wahr? Komm, rückwunnen. Jetzt gibt es keine Rückkehr, Bats. Zeit, dich deinen Ängsten zu stellen. Herr Bruce, ich hoffe, Sie haben nicht vor, was ich befürchte. Das wäre leichtsinnig und unverantwortlich, selbst für Ihre Standards. Es ist die einzige Option, Alfred. Sir, selbst wenn das Gas, die nicht umgehend ausschaltet, könnte noch eine Dosis zu einem schweren psychologischen Trauma führen. Ich habe keine Wahl. Ich muss die Energiequelle langsam entfernen, sonst wird die Ausfallsicherung aktiviert. Das war's, Bats. Spürst du, wie das Toxin durch deine Adern schießt und deinen Möhrengeist durchdringt? Ich tue es auf jeden Fall. Ich werde sterb, August. Mit jedem deiner Atemzüge werde ich lebendiger. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Bleib ruhig. Atme ganz langsam ein. Tief. Langsam. Einatmen. Die ganzen Anstrengungen müssen dich doch Müde machen. Willst du schlafen, Bats? Schlafen oder Schlaf Bats? Ich befreie mich von dir. Und dann bist du derjenige gefangen in mir. Also atme schön ein. Tiefe Tügel der Furcht. Schon bald wird Bats fort sein und ich setz mich durch. Oh, mein Spatz. Okay, mein Spatz. Noch eins, aber dann ist wirklich Zeit für die Haier. Gib auf! Ich bin immer in jeder Hirnzelle. Deine grauen Zellen werden grün. Master Bruce, sind Sie in Ordnung? Sir, hören Sie mich? Gib mir einen Moment, Alfred. Geht gleich wieder. Du siehst nicht allzu fit aus, mein Lieber. Nicht lange und ich sitze hinterm Lenkrad. Denk nur an den Spaß, den wir haben werden. Grips, Gewalt und Grausamkeiten. Das ganze Paket Gotham City wird uns zu Füßen liegen. Und weißt du, was das Beste ist? Du wirst die ganze Zeit über voll dabei sein und alles vom Beifahrersitz aus miterleben. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich kann es kaum erwarten. Master Bruce, geht es Ihnen gut? Besser. Gott sei Dank. Ich bin wirklich erleichtert. Sir, die Toxinkonzentration in der Atmosphäre wirkt sich auf die Scanner des Bettmobils aus. Es könnte schwierig werden, den Cloudburst zu orten. Ivy, ich kann den Cloudburst in all dem Gas nicht orten. Neutralisiere so viel, wie du kannst. Ich kann nicht, Batman. Meine Pflanzen sind zu schwach. Dann sag mir, wo ich noch eine finden kann. Tief unter Founders Island liegt ein Baum vergraben. Die Miyaghani nannten ihn Ayana. Ich finde ihn. Ich bin doch froh, dass wir vorgewarnt wurden. Die Jungs da unten haben weniger Glück. Mann, zum Glück bin ich hier oben und nicht da unten. Ich bin auf Founders Island. Zeit nach Ayanas Wurzeln zu suchen. Ich bin auch은. Es ist so eine alt-energiegesteuerte Kanone, die alles veröte. Es ist so eine alt-energiegeste. Es ist so eine alt-energiegeste. Es ist so eine neue Erweiterung der U-Bahn von Gotham gebaut. In Port Elhams sollten Sie einen Zugangspunkt finden. Genügt das? Es ist ein Anfang. Schick mir die Koordinaten. Ivy, deine Pflanze ist zu tief vergraben. Ich muss in den Untergrund. Beeil dich, bitte. Ich habe das Containerlager erreicht, Alfred. Ich brauche einen Zugang. Natürlich, Sir. Ich muss Sie warnen. Die Scans zeigen eine beträchtliche Anzahl von unbemannten Panzern. Nicht mehr lange. Sie stehen zwischen mir und der Pflanze. Sie haben den Eingang versperrt. Eine Falle. Redmobil ist im Containerlager. Bestätigter Treffer. Dragon wurde ausgeschaltet. Ich bin froh, dass du deinen Schlitten wieder hast. Ich will einen guten Kampf. Diamondback gehackt. Rattler zerstört. Batman hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt er. Du weißt einfach nicht, wann du verloren hast, was? Verflucht. Die Rattler wurde getroffen. Drohntelemetrie offline. Schlag zurück. Primärziel hat Diamondback getroffen. Panzerung ist durchbrochen. Ziel verschwunden Er ist da, findet ihn Ab ihn